Völliges Versagen um den Attentäter von Solingen, vom Fest der Vielfalt, um Issa Alha, wie jetzt sich herausstellte, ist er vollziehbar ausreisepflichtig gewesen, hätte eine Abschiebung haben sollen, ist dann untergetaucht, um dann einen Duldungsstatus bzw. einen subsidiären Schutz zu bekommen. Das Versagen von Bund und Land, ich präsentiere es dir heute in diesem Video, und das Schlimmste ist, sie sollten sich dafür in Grund und Boden schämen und niemand, wirklich niemand sieht es für notwendig an, sich mal öffentlich zu entschuldigen für diese vielen, vielen Einzelfälle, dieses ständige Versagen der Politik, was hier passiert. Stattdessen wird dann eingedroschen auf die Wähler, weil sie aus Angst um ihre Sicherheit inzwischen die AfD wählen, weil alle anderen den Kopf in den Sand stecken, wie Vogelstrauß so schön, ja, den Kopf in den Sand stecken, als wären die Probleme nicht mehr da. Ja, ich bin wirklich fassungslos, aber ich begrüße euch erstmal mit einem Herzlich Willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin wirklich schockiert, man könnte hier inzwischen eine Bingo-Karte anfertigen, wenn der nächste Fall wieder ist, dann stellen wir die Frage Staatsangehörigkeit, dann stellen wir die Frage Tatwaffe, dann stellen wir die Frage Aufenthaltsstatus, dann stellen wir die Frage, wann er gekommen ist, und dann hat man so eine Bingo-Karte und könnte hier einfach ankreuzen und der erste, der die Karte voll hat, hat das Spiel gewonnen. Tut mir leid für diesen Sarkasmus heute, aber es ist wirklich hier einfach phänomenal. Der syrische Messermörder Issa Alha, wie man ihn nennen muss, kam 2022 als Flüchtling nach Deutschland. Doch er hätte gar nicht mehr hier sein dürfen. Er hätte Anfang 2023 schon nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Das ist hier eine der klassischen Überstellungen nach dem Dublin-III-Verfahren. Das, was bei uns auch im Grundgesetz steht, wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat kommt, ist er hier nicht schutzberechtigt. Das, was sie alle immer unterstellen, was rechts- oder faschistisch wäre, das ist geltende Rechtslage in diesem Land. Und was ist passiert? Das, was passieren musste. Er hat sich damals noch in Bielefeld der Abschiebung entzogen und ist vor den Behörden quasi ein halbes Jahr untergetaucht gewesen. Und weil man ihn dann quasi nicht gefunden hat, ist die Übermittlungsfrist zur Mitteilung der Abschiebung dann einfach so verstrichen. So einfach lässt sich dieser Rechtsstaat hier an der Nase herumführen. Da könnte man Frau Roth auch mal persönlich dafür in Haftung nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Der Mann war also illegal in dieses Land eingereist, hat sich hier illegal aufgehalten, hat sich der Abschiebung entzogen, ist bei uns untergetaucht, hat hier dann den Schutzstatus bekommen. Und zwar vom Bundesamt für Migration ist er für subsidiär schutzberechtigt ausgesprochen worden. Das Bundesamt für Migration, das untersteht Nancy Faeser. Es ist ihre Verantwortlichkeit. Sie haben hier jemandem Schutz gegeben, der hätte eigentlich sogar mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes nach Bulgarien abgeschoben werden müssen. Und weil er dann untergetaucht ist vor den Augen von Herbert Reul und seinen Polizisten in NRW und auch dem Bundespolizisten von Frau Nancy Faeser, so war er dann einfach verschwunden und dann ist er halt einfach hier geblieben, so wie man da so schön sagt. Nun ja, jetzt sind sie halt mal da, jetzt werden sie auch bleiben. Es ist völlige Katastrophe, wie sie hier versagen und dass sich niemand, wirklich niemand genötigt fühlt, sich dafür mal öffentlich zu entschuldigen, einzugestehen, dass man völlig versagt hat, einzugestehen, dass es hier Opfer gibt, die politische Verantwortliche haben. Das ist es ja. Niemand wird dafür strafrechtlich belangt von den Politikern. Niemand. Das ist ja auch das Traurige in diesem Lande. Aber sie könnten wenigstens politisch mal Haltung zeigen, egal ob Wahl ist nächste Woche oder nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle. Hier sind wieder Menschenleben geopfert worden, aufgrund der Tatsache, dass jemand im Land war, der hier hätte gar nicht mehr sein dürfen und wie er sich dann hier entzogen hat, man wollte ihn ja sogar hinausgeleiten, da hat man ihn nicht gefunden. Und selbst wenn sie ihn hinausgeworfen hätten, die Grenze ist offen wie ein Scheunentor. Hier kann jeder rein. Wir haben es gesehen. Wir haben vier Wochen kontrolliert bei der EM und was uns da ins Netz gegangen ist, ist ja wirklich sensationell gewesen. Und jetzt wird hier einfach die Grenze wieder offen gelassen. Die Geschichte von Issa Al-Haar, die zumindestens, die erzählt wird, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Er soll 1998 in der syrischen Stadt Deir Al-Zor geboren worden sein. Zumindest, wenn man dem Spiegel hier Glauben schenken mag. Eine 300.000 Einwohner Stadt. Irgendwie vergleichbar mit Solingen. Als der Krieg ausgebrochen ist, ist der Junge 13 Jahre alt gewesen. Die Stadt wurde vom IS besetzt, bis sie 2017 wieder zurückerobert wurde. Bis dahin gab es quasi immer Selbstmordanschläge und das Ganze, wie man das so kennt, aus einem Bürgerkrieg. Danach ist er dann geflohen. Im Dezember 2022 ist er inzwischen schon radikalisierter. Man geht inzwischen davon aus, dass er schon bei Ankunft in Deutschland radikalisiert gewesen ist. So viel Bingo kann man gar nicht auf eine Karte schreiben, wie man hier spielen könnte. Er hat dann in Bielefeld Asyl beantragt, hat dann 2023 sogenannten subsidiären Schutz erhalten. Und das, obwohl er quasi schon abgeschoben werden hätte sollen. Er hat sich dem entzogen. Er hat dann zuletzt gelebt in der Flüchtlingsunterkunft in Solingen, im ehemaligen Finanzamt. Schön, dass man die Gebäude nicht braucht, um trotzdem unsere Steuern einzuziehen. Und die Ermittler haben sogar die Hülle des Messers inzwischen in der Asylunterkunft gefunden. Dass der IS diese Tat inzwischen für sich veranschlagt, das wissen wir. Doch inzwischen gehen die Ermittler felsenfest davon aus, dass es hier auch wirklich eine islamistische Tat gewesen sein muss. Und niemand ist hier dann am Ende der Verantwortliche. Er ist hier einfach gekommen. Und am Ende hat er sich selbst der Polizei vor die Füße geworfen. Er kam raus und hat gesagt, ich bin der, den ihr sucht. Noch nicht mal das haben sie am Ende hinbekommen. Und noch mal, er hat sich 26 Stunden lang in einem Hinterhof wenige hundert Meter vom Tatort entfernt versteckt gehalten. Für was die Hubschrauber? Wo waren die Wärmebildkameras? Wie kann sowas passieren, dass wenn 800 Polizeibeamte aus NRW in Solingen stehen und quasi jeden Stein umdrehen, um diesen Täter hier zu finden, wie kann es sein, dass sie ihn übersehen haben? Und ob er jetzt wirklich alleine war oder nicht, immer noch warten wir auf Veröffentlichung von Videomaterial. Das werden wir nicht von den deutschen Behörden bekommen. Da müssen schon andere es ins Netz laden, so wie das sonst üblich ist. Die deutschen Behörden, sie werden sich mit ihren beiden Arschbacken darauf setzen und werden das Ganze wieder totsitzen. Der gute Syrer, er hat jetzt hier erstmal dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hinter schwedischen Gardinen. Für mindestens 3000 Euro im Monat werden wir diesen Mann hier unterbringen. Er ist beim Generalbundesanwalt schon mit dem Hubschrauber nach unten geflogen worden für mehrere tausend Euro. Völliger Wahnsinn, als ob sie den nicht über die Autobahn fahren können mit einem halt, sondern ein SEK-Auto nehmen. Setzen vier Leute mit SEK-Mann und der hinten in der Mitte gefesselt und geknebelt, als ob das nicht geht. Das ist tausendmal billiger. Nein, sie fliegen den mit dem Hubschrauber darunter, so wie sie auch die Prinz-Reus-Truppe darunter geflogen haben. Langsam gibt es keine Haftzellen mehr beim Generalbundesanwalt, wird langsam ein bisschen kuschelig. Es ist einfach total irre. Verantwortlich ist hier Herbert Reul, Hendrik Wüst, Nancy Faeser. Mindestens diese drei Personen sind direkt dafür verantwortlich, dass dieser Typ hier nicht geschnappt wurde. Denn das ist die Aufgabe von ihnen. Das ist das Urinteresse der Innenpolitik, die innere Sicherheit zu gewährleisten und sich nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen, wenn jemand abtaucht, dass man ihnen dann auch noch weiteren Schutztitel gibt, dass man ihn dann nicht sucht, dass man nicht jeden Stein umdreht. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, die Leute, die hierher kommen, die haben alle ein Smartphone. Das müsst ihr den Leuten abnehmen und müsst das komplett auswerten. Und dann wisst ihr, wo die Leute herkommen, wie alt sie sind, mit wem sie Kontakt haben, ob das stimmt, was sie erzählen oder ob das nicht stimmt. Und wenn damit jemand ein Problem hat, dann soll er sich doch ein anderes Land suchen, was ihn gern dankend aufnimmt, um ihm jeden Monat Alimente zu bezahlen, damit er hier einfach die, die er hasst, den ganzen Tag begutachten kann, wie sie für ihn arbeiten gehen müssen. Es ist einfach wirklich grotesk in diesem Land. Man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer fassungslos zu bleiben. Und das Schlimme ist, niemand wird die Cojones haben, sich hinzustellen und zu sagen, that was my mistake. Irgendjemand muss die Schuld mal endlich anerkennen. Aber stattdessen warnen sie lieber vor Hass. Die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat. Und da kann ich nur sagen, ich hasse die Politiker, die dafür verantwortlich sind. Was soll ich diesen Syrer hassen? Was soll ich diesen Israel LH hassen? Also zumindestens, bevor er diese Tat begangen hat. Warum soll ich diese Flüchtlinge alle hassen? Nein, ich hasse diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass sie hier hereinkommen dürfen, obwohl die Gesetzeslage, wie hier bei ihm sagt, du hast hier gar nichts verloren, da ist die Tür und ihn dann hier trotzdem dulden. Diese Personen, die dafür verantwortlich sind, die werden gehasst. An was sie sonst erzählen, Leute, Leute, Leute. Aber die Schlafschafe in Solingen, sie haben mit über 50% etablierte Parteien gewählt. Noch viel mehr, ihr müsst euch mal das Wahlergebnis angucken. Es ist absolute Katastrophe. Sie sehen jetzt, was sie davon haben. Das Fest der Vielfalt, das den radikalen Moslems nicht gefällt. Aber die größte Gefahr geht von rechts aus. Ganz mein Humor. Ich warte auf Messermatze, bis er mal hier wieder auf einem Volksfest um sich sticht. Und es ist... Nee. Wie siehst du das Ganze? Übertreibe ich oder untertreibe ich? Ich muss hier immer aufpassen, dass ich alles im Rahmen der Richtlinien von YouTube konform hier euch mitteile. Und dennoch versuche ich hier einfach nur die Wahrheit zu übermitteln. Es ist, wie es immer sein musste, jemand, der schon gar nicht mehr hätte hier sein dürfen, hat Leute umgebracht. Dafür müssen Politiker endlich mal Verantwortung bekennen. Und zwar zumindestens die politische. Damit bleibt mir nur zu sagen, abonniere den Kanal X und Telegram. Und damit bleibst du immer auf dem Laufen. Und ansonsten schau auch bei meinem Zweitkanal vorbei. Auswandern mit Kopf für Arm und Reich, für Jung und Alt ist immer was Spannendes dabei. Und damit ciao, bis bald.